Was ist das Ereignis? Das ist ein Indiz, das auf Logik aufbaut. Aber man hat ja gelernt, dass im Nahen Osten vieles mit Logik nicht zu erklären ist. Sorry, vehementer Protest. Auch die Fragestellung, wie Sie es eben gemacht haben. Es gibt sehr wohl klare Logik. Nicht anders als sonst so. Stellen Sie sich die einfache Frage. Wir haben es offensichtlich, wenn überhaupt ein solcher Angriff stattgefunden hat, wir haben es mit einem Kriegsverbrechen zu tun. Und die Frage ist, bei jedem Verbrechen, Kui Bono, wem nützt es? Es nützt mir die Sicherheit. Sie haben Kriegsverbrechen auch Assad sehr genützt. Sorry, es hat Assad überhaupt nichts genutzt. Es kann Assad nicht. Ich rede von früheren Kriegsverbrechen in Syrien. Die gab es ja, die auch Assad verübt haben. Vielleicht können wir später noch mal drauf hinkommen. Ich behaupte und kann das auch nachdrücklich belegen, dass alle die Chemiewaffeneinsätze, die wir in Syrien erlebt haben, unter falscher Flagge durchgeführt worden sind von den Assad-Gegnern mit der Zielsetzung, nachdem Obama 2012 zum ersten Mal die rote Linie gezogen hat. Wie können Sie das belegen? Ich kann Ihnen Fall für Fall im Einzelnen aufzeigen. Aber vielleicht bleiben wir zunächst mal bei der aktuellen Situation, mit der wir eben angefangen haben. Das Gebiet von Ostruta ist weitgehend geräumt. Selbst in dem letzten Bereich um Douma, selbst dort sind die ersten dschihadistischen Terroristen bereits abgezogen. Das heißt, man steht unmittelbar vor dem Abschluss. In einer solchen Situation gibt es nicht die geringste Logik, weshalb man jetzt Chemiewaffen einsetzen soll. Noch dazu gegen die eigene Bevölkerung. Gegen die eigene Bevölkerung. Obama hat im August 2012 seine rote Linie gezogen. Und sofort ging es überall bei den Assad-Gegnern los. Was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen nur unter falscher Flagge einen Giftgasangriff durchführen. Dann wird schon dafür gesorgt, Obama steht im Wort, er muss eingreifen. Der erste Angriff, Khan al-Assad, das war im März 2013. Ein Angriff, 26 Tote, davon waren 16 syrische Soldaten. Man muss sich diesen Unsinn vorstellen. Das erste Mal, wo Giftgas eingesetzt wird, sind es dann 16 syrische Soldaten, die dem zum Opfer fallen. Stimmt. Es war Carla del Ponte, die Den Haag ganz wichtige Position hat. Sie hat klipp und klar gesagt. Anklägerin beim Internationalen Menschengerichtshof. Genau. Wir haben klare Belege dafür, dass hier Giftgas eingesetzt worden ist. Aber nicht von Assad, sondern von seinen Gegnern. Hier wurde sofort das Wort verboten, jegliche weitere Stellungnahme. Denn die Kommission hatte nur das Ziel festzustellen, ob überhaupt Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Wenn Russland auf diesen Angriff reagiert, und das könnte Russland ja, wir müssen, glaube ich, präzise sein. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriff gegen einen souveränen Staat. Dieser Staat, Syrien, hat das Recht, nach Artikel 51 der UN-Charta sich zu verteidigen. Und Russland als enger Verbündeter kann an dieser Verteidigung teilnehmen. Das heißt, die russische Reaktion wäre mit der Charta der Vereinten Nationen durchaus vereinbar. Die Frage ist, sind die Russen bereit, dieses Eskalationsrisiko einzugehen? Oder sind sie so vernünftig, dass sie sagen, und ich nehme diesen Begriff Vernunft, weil ihn auch Putin gebraucht hat in seiner Regel. Sind sie so vernünftig, nicht militärisch zu reagieren, sondern einen Weg zu suchen, einen politischen Weg zu suchen, der zu einem Ausgleich führt? Das ist die entscheidende Frage. Würden sie militärisch reagieren, dann sind wir natürlich in der Situation, dass hier zwei Großmächte, zwei nuklearstrategische Supermächte mit den entsprechenden Allianzen im Hintergrund, in diesem Fall die NATO, in einen Konflikt geraten. Das heißt, auch unsere eigene Sicherheit wäre davon betroffen.